Von dem Katon muss ich gerade gesagt, 187 und er will auch die Tiere übersehen. Zwischenstück aus der Rosi, am Alfer, das ist die Uhr am 17.1.2019, also sie sind ein weitergelegendes Tier, und kommen dann zu solchsten Tier, und am 22.8. Das ist die Uhr an 20.1.2018. Lange sind hier zwischendurch. Ich gehe dazu sagen, auch hier, eine sehr gute Entwicklung, eine sehr gute Entwicklung, eine sehr gute Entwicklung zu lassen, wenn ich sie ausbrechen, ausfallanzieren, beim dastehen, in den Muskeln, in der Sitzung, alle müssen etwas sagen, um meine erste Leidung zu sehen, von mittendrin nach hinten, meine Alkohol und den Vordergrund in der Sitzung, wo der Rutsch gerade nicht geht, also nicht die Schmerzen.